Das Spezielle an diesem Werk ist das Format. Das ist mein grösstes Portrait, das ich gemacht habe. Normalerweise sind sie halb so gross und dementsprechend auch weniger detailreich. Ich arbeite an diesen Serien, mit diesen Portraits, schon eine Zeit. Ich fokussiere an eine weitere Ausstellung, die im März kommt. Die Serie handelt von verschiedenen Boxern, die im Ring waren, getrunken kamen, gewonnen oder verloren haben. Und auch neben Darstellungen wie Skireis, die Frau vom Boxer, Trainer, all die Gesichter, die ich finde, lohnt es sich mal, diese zu portrettieren. bei der Duft sind im Ringhof. Auch dieses Besondere an die in die Richtung, Das Spezielle hier an diesem Projekt ist, dass es eigentlich eine Non-Profit-Organisation ist, die Graffiti grundsätzlich eine Möglichkeit bietet, das nochmals auf ein neues Leben zu bringen. Und das andere ist sicher die Location der Standort, der super ist, den ich glaube, jeder kennt.